Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute springen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jovesic World und ich würde sagen, wir legen auch mal direkt los. Meine Maus habt ihr gerade noch gesehen. Wir müssen hier anscheinend so das Ding hier zumachen, weil hier einfach, weil da ein Raptor rein will. Und das machen wir auch einmal jetzt. Ich mache davor aber alles kaputt, mache ich nämlich immer. Okay, zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Bam. Ah, hier sind sogar Server, die hier stehen. Kann man die wegkauen? Nee, ich glaube nicht, dass man die Server hier wegkauen kann. Nö. Okay. Gut, ich glaube, man muss da hinten irgendwie schreien, weil das sieht so aus da. Barz, barz, barz. Oh, hier hat jemand Pizza gegessen. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir wechseln mal kurz den Charakter, denn hier gibt ziemlich was zu schreien. Wenn denn denn. So. Okay, doch nicht. Hm. Ich glaube mal, wir müssen das da dran schieben. Machen wir mal. So. Ah ja, tatsächlich. Okay. Gut, dann macht sie das ja immer. Ja, ja, ich mache das doch schon. So. Ich muss mal hier kurz noch mal kurz ein bisschen die Lautstärke hoch machen, was überhaupt passiert. Ja. Weil sonst hörte ich jetzt gar nichts. So. Was machen die denn da? Okay. Ah, jetzt sehen wir, glaube ich, ein Dino oder irgend so was. Könnte möglich sein, dass wir jetzt ein Dino sehen oder irgendwas. Ja. Ah. Ja. Ja, dann statt einfach hinterm Baum zu bleiben, du. Okay. Ah, ich glaube, das ist das Letzte. Oh nein, das ist der, den wir eingesperrt haben. Habe ich jetzt geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, okay. Ah, jetzt kann ich da runter, okay. Gut, dann gehen wir mal da runter. So. So, kaputt gemacht. Braucht da irgendwie so eine Lampe? Ah, die ist wahrscheinlich da drin. Bevor wir das machen, mache ich hier mal kurz alles kaputt. Zack, 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 zack. Hier einmal kurz alles kaputt machen. Oh, hier sind Lüftungsdinger irgendwie. Nein, nicht hängen. So. Oh, hier sind noch ein blauer. Zack. So, ich glaube, ich habe jetzt alles kaputt gemacht. Ah, wir gehen jetzt mal da rein. So. 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 Okay. Okay. Das ist ein Unix. Damit kenne ich mich aus. Das sind alle Dateien des gesamten Parks. Es zeigt einem alles an. Ich muss nur die richtige Datei finden. Ah, muss man das jetzt hier mal gehen, oder was? Okay. Wir brauchen das Gebär. Ich dachte, es muss nur wenn ich weggehe. Okay. Erst hier. Dann da. Dann da. Und hier unten. Ich glaube, ich habe es. Das müsste die richtige Datei sein. Nein, Fehlerzeiger. Okay. So. Und hier. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was sie wollen. Hä? Ich glaube, der lebt jetzt nicht mehr. So. Grant, Mr. Hammond, die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber her schicken. Oh nein. Er kommt durch die Scheibe! So, was bauen wir jetzt? Ich glaube, so eine Treppe, ne? So zieht zumindest so aus mit diesem ganzen Knochen hier. Ja, ist eine Treppe. Das war's, glaube ich, mit dem Schwein. Oh, die sind sogar ein bisschen schmutzig, sieht man jetzt. Oh, wo bin ich denn oben, Alter? Wenn Dinosaurier rollen, äh, ja, rollen, ja, egal. So, gehen wir mal hier weiter. Guck mal, was hier so passiert. Zack. Komm runter. So. jetzt ist die treiber kaputt ja hier schön alles kaputt machen jetzt brauchen wir die die gießen kann ok 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 er kommt nicht mehr raus ich komme da hinten nicht hin ok erst mal wieder alles gut machen so einmal alles einsammeln hier so zack zack so jetzt muss ich hier drüber laufen nein sie ist runtergefallen oh ha da kommt auf einmal ein T-Rex hier ist irgendwas kaputt ne ich muss hier ich bin jetzt der T-Rex einfach ok hey was muss ich jetzt machen ach ein Foto ich komme ach nee kein Foto ich muss hier irgendwas runterhauen ok jetzt wieder wechseln und wieder weg so wieder ein Foto machen doch nicht doch nicht ah jetzt muss ich das glaube ich runterhauen oder die kann das nicht ah sie kann das ok jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter was danach passiert ok ok scheiße ich habe mich verwechselt hier ich muss schneller machen ich gebe ihnen recht hm ich gebe ihnen nicht oh stimmt es ist nicht mehr ok na wot Ah, Geschichte beendet, schon wer ist hier gerade. Seid das Spiel freigeschaltet. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Schreibt auch gerne einen Kommentar, würde mich freuen. Joint auf jeden Fall meinen Discord-Server, der ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Schau, 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 schau.